Willkommen zu meiswegenia zu einem neuen Video heute. Heute folgt HeWG HeWG Pizzateig. Ich möchte noch ein weiteres Teil machen, welches ich die Pizza belegen kann. Ich erkläre, wie man es richtig macht. Aber jetzt gibt es noch Pizza. Der Teig mit Hefe. Und ihr könnt mit waschen. Ich liebe es, wenn man so einen Weintwinkel hat. Weil ihr alles seht. Das ist perfekt, weil so kann ich mit euch reden. Und ihr seht die Schüssel rein. Ihr seht, was ich mache, wenn ich das Mehl hole. Ich nehme den Zehntag. Ich nehme den Salz. Dann brauche ich noch HeWG HeWG. Frisch gepostet. Wasser brauche ich noch. Und die Öl. Hier steht Rapsöl. Wir nehmen Sonnenblumenöl. Da geht es wahrscheinlich einfach darum, dass ihr ein neutrales Öl nehmen will. Ich finde aber je nachdem Olivenöl fast besser. Aber das ist generell ganz schön. Das Rezept ist eigentlich recht easy. Ich muss da... Ja, wo hat es das gehört? Zuerst mal die Pog und Mullen. Dann kommt noch ein Teelöffel Salz rein. Das mache ich bewusst nicht so, sondern mit... Wie sieht man es? Meersalz. Weil ohne Witz, Meersalz ist so viel besser als das... Das andere, das... Iodierte... Oder? Das Speisesalz mit Iod und Flur. Nehmt nicht das. Nehmt das, wenn ihr das wollt, nehmen. Aber ohne Witz. Meersalz ist so viel besser. Heißt, Teelöffel. Wir müssen ein wenig abschätzen, ein wenig probieren. Und ja. Braucht ihr irgendwie Sante? 2,5 Dezils Wasser. Wichtiger. Wenn ihr ein bisschen Tefer macht, nehmt lauwandes Wasser. Weil Tefer kann sich irgendwie schneller bilden. Irgendwo... Drogen für mich. Weil ihr auf jeden Fall... auch noch Tuberanen, wie ich gerne habe. Einfach nur ich. Zack. Hallo. Richtig am besten Wasser verspenden. Ja, das passt schon. Also. Nehmt ihr dazu mal ein halber oder ein Dezils Wasser. Irgendwo. Dann. Hefe. 15 Gramm. Müsst ja dementsprechend etwa ein Drittel sein. Das heißt, das müsste irgendwie 10 Gramm sein. Hallo? Uh, 10 Gramm. Wow, perfekt. Ich habe es wirklich genau 10 Gramm. Nehmen wir das so. Und dann. Dann. Muss man das so drinnen auflösen. Wenn wir das mal ein bisschen auflösen. So. Im Mehl. Heisst es müssen wir eine kleine Mode machen. Perfekt. Ob das jetzt eine kleine Mode ist oder nicht. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist eine Mode. Dann. Seid ihr doch. Mhm. Genau. Also. Hefe ist aufgelöst. Und jetzt. Und jetzt kommen wir dazu. Wasser bis 2,5 Dezils. Zack. Perfekt. Genauso viel. Und 2 Esslöffel Öl. Und 2 Esslöffel Öl. Ich bin so gut. Es wird kein Fehler. Ich spüre es. Jungs und so weiter. Zack. Ist das jetzt so ein bisschen ernst. Kaffee Maschine. Für eine sehr spannende Input. So. So. 2 Esslöffel Öl. Und jetzt. So. Folgendes. Tut das. Hier in die Mulde rein. Ich weiss nicht ob wir alles auf eine Stoffe. Oh. Aber schaut es euch an. Es ist perfekt. Genau die Mulde. Perfekt. Wenn so gut. Und was man jetzt macht. Ist so. Das Mausel kommt rein. Glaublich. So machen wir es. Glaublich. Für die Teigware. Ja. Vergiss es. Jetzt geht einfach rein. Und knetet es durch. So. Zack. Jungs. Das ist jetzt übel schnell gegangen. Und schon habe ich die Klumpe ready. Ich ziehe mir genau 10 Minuten. Zack. Jetzt nehme ich ein nasses Tuchli. Ich nehme ein bisschen warmes Wasser. Dann. Kurz hier unter das Wasser. Und hier drüber. Ich wetze. Da hinten. Mindestens eine halbe Stunde. Optimalerweise 2 Stunden. Geht es bei Hefe Teig. Und ähm. Ja. Ja. Mindestens eine halbe Stunde. Ich glaube. Wir werden jetzt etwa 3 Viertel. Aber ja. Ich hoffe es hat euch gefallen. Die zweite Folge. Von. HWG. Hey. Wie geht. Pizzateig. Ja. Das Mal können wir davor hören. Als Hal brauche ich eh wieder. Hefe ich nachher versorgen. Ähm. Ähm. Ja. Schreibt mir Hefe in die Kommentare. Was ihr gerne wieder sehen. Liken. Abonnieren. Glocken. 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 Aktivieren. Was sagen die grossen YouTuber noch. Gegen Artikel 13. Auch wenn es die Schweizer noch nicht betrifft. Ähm. Ja. So. Der letzte Video hat euch mal ein Brief über eine Flaschenpost. Das hast du schon gesehen für heute. Ciao.